Lukas Himmelsläufer kann einfach nicht mit Frauen. Doch zum Glück gibt es Onlyfans. Du hast doch noch einen marotischen Abenteuer? Dann komm jetzt auf mein Onlyfans, das Porno-Prinzess 6ix9ine. Was ein Gerät? Los, du musst dir jetzt essen, warte, ich wird's ins Kalt. Du weißt aber, dass das extra kostet, ne? Scheiße, ist schon wieder daneben. Ey Junge, das gewonnen wird noch was übrig. Vorsichtig. Junge, ja, es hilft nicht. Du hast mein Stab schlecht poliert. Der scheiß Elsterglanz war alle. Ganz ruhig, du hast eine Spinne auf der Schulter und ich mach die mal weg. Ah, der hat z'bauten Wasser wieder drin. Ey, wir links. Miau, schon mal vorhergezockt? Ey, pscht. Gar nicht. Wird Lukas Leas Nudes bekommen? Wird Darth Vader neues Elsterglanz besorgen können? Ja, stinkt voll. Das alles und noch viel weniger werden wir niemals herausfinden, denn das war's, war's.